Jungs, das Make-Your-Mark-Team Nr. 2 ist endlich rausgekommen. Dazu drei richtig geile SBCs, die werden wir heute auf jeden Fall uns mal unter die Lupe nehmen und mal gucken, welche sich lohnen davor. Ihr merkt es schon, ich bin leider Gottes extrem erkältet gewesen, beziehungsweise bin ich es immer noch, mir geht es immer noch nicht gut. Folgt mir dafür auf jeden Fall bei Instagram, da habe ich euch immer auf den Laufenden gehalten. Ja, macht sich so ein Video am Dienstag und dann kommt sowas und ich kann mehrere Tage keine Reviews bringen, beziehungsweise allgemein Videos. Es tut mir sehr, sehr leid, aber was kann man machen? Man kann sich die Krankheiten ja leider Gottes nicht raussuchen, wo man sie kommt. Ähm, nichtsdestotrotz ein dickes, dickes Dankeschön. Ich habe mir jeden einzelnen Kommentar durchgelesen, bin immer noch dabei. Ihr habt manchmal Texte geschrieben, das war unglaublich, dickes Dankeschön. Jetzt wollen wir mal zurück zum Video gehen. Gestern, Make-Your-Mark-Team Nr. 2, drei neue SBCs sind rausgekommen. Äh, und zwar von teuer bis relativ günstig. Wir haben eine 600k-Karte von Nunes, wir haben eine 70k-Karte von Onana und eine 60k-Karte von Malinowski. Ich habe alle dreimal abgeschlossen und die auch mal gezockt. Wir gehen gleich aufs Team ein, wir gehen gleich auf alle Details ein. Davor lasst gerne einen Daumen nach oben, da sehr gerne ein kostenloses Abonnement und schreibt gerne mal in die Kommentare, welcher Spieler interessiert euch am meisten beziehungsweise welchen Spieler sollte ich mal testen, den ihr vielleicht auch gerne zocken wolltet. Ich bin sehr, sehr gespannt und damit starten wir direkt mal rein. Bevor wir aber reingehen, habe ich noch ein bisschen was kleines anderes für euch, denn ich möchte gerne einfach noch mit euch ein paar Packs öffnen, die wir jetzt so rumliegen haben, weil vielleicht ziehen wir ja noch einen und vielleicht, äh, ja, könntet ihr da noch ein bisschen Packnack mit sehen. Auf meinem Main-Account. Und ich war ja jetzt in leeren Tagen nicht aktiv, habe auch keine SPCs oder so gemacht. Ich habe halt einfach die SPCs noch fertig, beziehungsweise die Packs noch rumliegen, die einfach so abgeschlossen wurden. Ich kann euch auf jeden Fall eines sagen, auf meinem Main-Account habe ich 6. Siege geholt gehabt in der letzten Weekend League, habe dadurch den Enzo Fernandes bekommen, was ganz cool ist. Den könnte ich natürlich jetzt in der jetzigen Weekend League spielen. Bin aber ehrlich zu euch, wie seht ihr das? Wenn du Nuno Mendes, den mache, mit dem Schwitzer-Team mit keiner Abwehr wirklich, recht schwierig. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr einfallen lassen von mir, ey, dass da wirklich viele spielen, weil so spielst du ja immer nur gegen die absoluten Schwitzer. Ja, ihr seht's, wir haben noch ein bisschen was rumliegen, ne? Unter anderem natürlich noch sowas wie ein 10x84 Plus Pack. Das würde ich sehr gerne einfach mit euch öffnen, um einfach noch kurz über den Content zu quatschen, beziehungsweise wie schwierig es wird, wieder einen Make-Your-Mark-Spieler zu ziehen. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, ob ihr gestern eingezogen habt oder nicht. Ein Doppel-Walk aus dem 10x83 ist sogar eigentlich echt gut. Das siehst du so gefühlt gar nicht. Aber damit bin ich mehr als zufrieden. Und dazu hast du noch einen Hernández und den Rot, hier haben wir leider Gottes Doppel. Da müssen wir mal schauen, wie wir... Ja gut, hier haben wir Tradeable. Dann hätte ich noch eine SBC gemacht. Wir hatten noch einige andere SBCs fertig. Aber wir gehen dann gleich noch auf die SBCs ein. Ich finde es einen ganz coolen Mix, immer mal wieder ein paar Packs zu sehen und dann darüber zu reden, welche SBCs sind gekommen. Würde ich sie machen, würde ich sie nicht machen? Ich habe die auf jeden Fall, um euch jetzt schon mal mitzunehmen, ich habe die drei SBCs in einem Team zusammengespielt, habe zehn Spiele gemacht, nämlich die komplette Weekend-League-Quali, habe alle zusammengeschnitten. Und das seht ihr auch dann gleich, wie das abgelaufen ist, was wir geholt haben. Und dann werdet ihr natürlich am Ende auch noch die Statistiken sehen, denn da hat mich wirklich eine Karte extrem überrascht. Das muss ich echt sagen. Ja, ich stoße die ganze Sache ab, nicht übel nehmen. Wir haben genug Coins auf dieser Uhr und wir wollen natürlich die Coins eh nutzen, um zu testen, SBCs zu machen, wenn wir da was Duplikatmäßiges haben. Naja, können wir auch mal abstoßen. Letztes Pack für das Ding, 10x84 und eins kann man jetzt schon mal sagen, ich brauche auch eigentlich gar nicht weiterziehen. Make-Your-Mark-Spieler, wie in der letzten Woche, absolut unziehbar. Außer man macht es mit FIFA-Points oder irgendwelchen Mist. Also keine Ahnung. Also das war ja wirklich absolut überhaupt nichts. Noch ein Kimmich mit dabei. Haben wir den Trade-Able, okay, da können wir gucken, ob wir hinten noch was liegt gehabt haben an Packs, die ganz cool sind. Aber all in all, also das Pack-Rate wirklich von diesen Make-Your-Mark-Teams ist wirklich eine Vollkatastrophe. Leider konnte es nichts Großartiges mehr. Machen wir noch das letzte Pack hier auf, ein 2x84er, am besten kommt jetzt eine Karte. Das würde dann natürlich perfekt passen. Ist nicht so und deswegen gehen wir direkt mal rüber zum Review. Hab vorhin das angesagt, also bis gleich. Wir fangen natürlich erstmal mit dem defensiveren Part an. Wir machen das relativ simpel. Ich zeige euch kurz eine Karte, Quatsch kurz dazu. Ihr werdet dann Gameplay sehen zu den drei Spielern. Werdet dann wieder umswitchen zum zweiten Spieler, erzählt zu dem was und so weiter und so fort. Wir fangen erstmal mit der defensiveren Sache an. Ich denke, nun ist es am interessantesten. Den machen wir natürlich zum Schluss. 4-Stelle-Skills, 5-Stelle-Rigfoot. Oh naja, 70k bezahlen wir ungefähr für ihn. High-High-Work-Rates, super, super schade. Der Mann ist 1,92 groß. Ich hätte mir gerade ihn mit Medium-High-Work-Rates gewünscht, als reinen Sechser. Hab ihn trotzdem als reinen Sechser gespielt, obwohl ich solche Karten meist als offensiver Achter sehe. Aber mit seinen Play-Stives, die er hat, ist es für mich optional, ob ihr ihn als Achter oder als Sechser spielt. Ich fand ihn als Sechser wirklich in Ordnung. 2001 geboren, hat supergeile Werte. All-Round-Werte, bis auf Schießen, alles über 90, gut Dribbling, 89. Und ist mostly Lang-Field. Wenn wir uns mal genauer kurz die Attribut-Details angucken. Ich habe ihn mit Enker gespielt. Da haben wir 94 Antritt und Sprintgeschwindigkeit. Wir haben eine gute Agility mit 87 und 86. 89er Reaktionswert, 96 Interceptions. Allgemein seine Defensivwerte sehen extrem stark aus. 99er Stärke, 90 Ausdauer, was völlig fein ist und was sauber ist. 97 kurzer und 95 langer Pass. Gerade als Achter oder als Sechser im Spielaufbau zu betreiben, ist meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig. In Style Plus haben wir insgesamt drei Stück. Einmal den Intensiv-Pass. Wir haben Intercept und den guten alten Bluser, also Kante. Dazu den kleinen Long-Ball-Pass, was ganz cool ist. Slide-Tackle, Antizipate. Also all in all wirklich sauber. Gehen wir rein ins Gameplay. Ihr seht jetzt natürlich alle drei Spieler auf einmal. Also achtet da wirklich drauf. Nicht, dass ihr denkt, jedes einzelne ist jetzt nur von Onana. Ich muss ganz ehrlich sagen, Onana, 93er Rating. Belgien gegen Ukraine. Der Showdown ist natürlich klar. Belgien-Favorit kann auf eine 95 gehen. Und somit werden seine Werte einfach nochmal besser. Und gerade für 70k ist das für mich eine Karte, die man auf jeden Fall mitnehmen kann. Ich finde die wirklich, wirklich gut. Ist keine überragende Karte. Und ich glaube auch viele von euch für 70k nehmen den mit. Packen den eher als SPC-Futter irgendwo rein. Oder bespielen ihn halt überhaupt nicht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, aktuell finde ich persönlich ist die Zeit gekommen, wo man wirklich verschiedenste Karten einfach mal testen sollte. Weil jede Karte, die rauskommt, sieht eigentlich wirklich knackig aus. Ich muss ganz ehrlich gestehen, Onana mit 1,92. Er ist zwar lengthy, gar keine Frage mit Anker. Trotz all dem Agility Balance. Jungs, die Größe, du merkst das schon ein Stück weit. Er ist nicht super unbeweglich, ist aber auch nicht super beweglich. Ich glaube, das rächtet auch keiner mit 1,92. Was natürlich sehr cool ist, ist, wenn es darum geht, das Tempo aufzubauen. Gerade in der Offensive, so wie in der Defensive, seine Antizipation ist ganz geil. 89er Reaction, er könnte ein Stück weit höher sein. 90 Uhr geht absolut klar. Wir haben eine super Defending. Wir haben gerade mit seiner Größe auch eine sau-saustarke Füße. Gerade wenn es darum geht, einfach mal seinen Körper reinzuschieben. Einfach mal zu sagen, hey, ich versuche in irgendeiner Art und Weise nochmal an den Ball zu kommen. Und da ist halt Onana da. Er ist super, super schnell. Dann kommt auf den letzten Metern nochmal schneller ran. Und dann kannst du einfach mit seinem Körper ohne Probleme die einzelnen Bälle wirklich holen. Ich glaube, Onana ist nicht eine supergeile Karte, wo man sagt, das ist eine absolute Pflicht-SPC. Aber für den Preis irgendwie schon. Weil wenn er wirklich auf 95 geht, sieht die Karte wirklich brutal aus. Könnte nochmal interessanter werden. Könnte meiner Meinung nach auch nochmal einen guten Schub geben, was die Spielbarkeit angeht. All in all, eine Karte für 70k, wo ich sage persönlich, absolut fein. Spieler Nummer 2, da müssen wir zu dem kommen, den wir im Sturm gespielt haben, den guten alten Malinowski. Wir haben eine 93er Karte, die ZOM und Stürmer kann. Haben vier schnelle Skills, fünf schnelle Weakwood, High Medium Work Rates, Linksfuß, ganz, ganz wichtig immer zu sagen, er ist nicht immer das Einfachste. Und er kann ZOM und Stürmer spielen. Er hat jetzt keine Second Position auf den Flügeln beziehungsweise im ZM. Ich bin ehrlich mit euch, ich spiele eigentlich mittlerweile nur 4-2-2-2. Bedeutet, ich habe meine Außenspieler als ZOMs eingebracht, zwei Stürmer und zwei Achter, beziehungsweise Sechser, wie man es halt nennen mag. Und Malinowski hat für mich meiner Meinung nach so wenig Defensivwerte, beziehungsweise ist mir sehr gut aufgefallen, dass gerade solche Karten, die eigentlich wirklich Zehner sind, wie Megitarian, relativ gut untergehen bei mir im offensiven Achtermittelfeld. Warum das so ist, kann natürlich an meiner Spielweise liegen. Gar keine Frage. Deswegen habe ich ihm Sturm gespielt, weil seine Werte echt gut aussahen. Ich habe ihn mit Engine gespielt, dadurch ist er Controlled Explosive, was schon mal ganz cool ist. Und seine Grundsätze sehen halt wirklich solide aus. Ich habe ihn halt so gespielt, dass ich ihn eher als Stürmer fallen gelassen habe, damit er so ähnlich wie ein ZOM agiert, um Pässe auf die Außen zu bringen, auf meinen Nunes, den ich im Sturm gespielt habe. Und das hat wirklich brillant funktioniert. Das muss man wirklich sagen. Mit seinen Playstyles von Intensive Pass, mit Technicke und gerade mit Pressproof, was meiner Meinung nach extrem cool ist zum heutigen Zeitpunkt, bloß den kleinen Longball Pass, hast du eigentlich alles, was du brauchst. Den kleinen Schnittstellen Pass hast du auch noch mit dabei. Und du findest halt wirklich bei dieser Karte eigentlich nichts, worüber du meckern kannst. Du hast wirklich einen absolut geilen Assistgeber, wenn es um die Passstapetten geht. Du hast wirklich einen guten Flankenwert, falls du über die Flanken gehen möchtest. Agility Balance mit seinem R1 Tripling zusammen kombiniert. Mega, mega stark. Ich hätte mir vielleicht bei ihm noch 5 Sterne Skills gewünscht. Ich glaube, das wäre schon ganz cool gewesen. Gerade mit seiner Größe von 1,81 hätte das ganz gut funktioniert. Du hast einen guten Longshot, eine gute Shotpower, aber auch sein Finishing, gerade im Doppelsturm, hat wirklich, wirklich sauber gefunkt. Also das hat wirklich gepasst. Du hast eine gute Ausdauer. Und was mir am meisten gefallen hat bei dieser Karte, das muss man wirklich sagen, sind seine 87er Aggressionswerte. Denn die fühlen sich zu 100% wie eine 99 an. Weil es ist so ein Ding, er verliert den Ball, direktes Gegenpressing, und er kriegt den Ball immer wieder. Also es heißt, er stochert sozusagen immer wieder im Zweikampf. Und diese Bälle holt er sich halt immer wieder zurück. Und das macht halt super viel Spaß, weil dadurch kriegt er wieder Aktionen, wo er halt wieder einen Ball vorlegen kann. Das ist ganz, ganz oft vorgekommen. Das seht ihr auch in den Szenen. Also all in all, Malinowski für eine 60k-Karte ist das auf jeden Fall ein Muss, auch wenn er vielleicht nicht so die höchsten Chancen hat, auf eine 95 zu gehen. 60k hat jeder, das Futter hat definitiv jeder. Mitnehmen, Spaß haben. Und vielleicht kann der ein oder andere ihn als Zehner wirklich spielen, weil ich glaube, da ist er wirklich, wirklich sauber. Der letzte Spieler, den wir haben, natürlich der Teuerste. 600k David Nunez. Also ich glaube, 570k kostet er aktuell. 4-Sonne-Skills, 5-Sonne-Reak-Foot, High-High-Workrates. Muss er ehrlich gestehen, als Stürmer High-High, ich finde immer High-Medium deutlich, deutlich stärker. 4-Plays-States-Plus haben wir mit am Start. Wir haben ultra-krankes Stats. 95 Pets, 92 Schießen, 93 Trippling, 93 Physis. Der Mann hat halt wirklich auch mit Uruguay eine unfassbar geile Möglichkeit, richtig viele Upgrades zu sammeln. Das ist ja wirklich nicht wenig. Dazu haben wir wirklich einen Body-Type, der bei Nunez mir immer schon gefallen hat, auch dieses Jahr. Gerade seine 82er-Karte, die wir hatten, die haben viele gespielt. Der war auch sehr teuer am Anfang. Hat glaube ich auch in die ersten SBCs eingepasst. Da haben viele den mitgenommen. Und er kann halt auch als Linkerflüge gespielt werden. Muss aber sagen, ich würde Stürmer definitiv präferieren. Und ja, was soll man sagen? Also, ich habe ihn mit Hawk gespielt. Er ist leider Gottes Controlled. Das ist ein bisschen schade. Trotz alledem, sein Pace ist brillant. Sein Schießen sieht absolut insane aus. Genauso Trippling, passende und wie Physis. Das Playstyle Plus haben wir auch vier Stück. Finesse Shot Trait, was meiner meiner Lieblings Traits ist. Powershot habe ich gar nicht so oft benutzt. Rapid und auch hier Press Proven. Und ich muss euch ehrlich gestehen, Nunez, ihr werdet gleich seine Statistik in den 10 Spielen sehen, was wir in der Weekend League verliegerissen haben. Der Mann hat alles auseinandergenommen. 570 Karten für mich absolut fein. Gerade mit den Upgrade-Möglichkeiten, die er hat. Ich würde ihn zu 100% einpacken. Wirklich, die Karte ist ultra, ultra sick. Sie macht halt mit seinem Body-Type, also allgemein das Body-Type-Ding, er ist halt so ein bisschen dicklicher und hat halt eine unfassbar geile Durchsetzungsfähigkeit. Du hast ein gutes Gegenpressing und du hast halt, gerade wenn du im Ball bist, mit den 4-Skills, 5-Skills wäre natürlich cooler gewesen, aber durch das Press Proven, der hat halt absolut keinen Stress, ob da 2 Gegner, 3 Gegner um ihn rum sind. Entweder der schließt perfekt ab, bringt einen guten Ball zum Mann oder setzt sich einfach im Tripling durch. Denn Tripling-Technik ist diese Karte wirklich, wirklich sauber. Mit Rapid, Übersteiger, Antritt, ultra insane. All in all, eine Karte, die mir unfassbar, unfassbar viel Spaß gemacht hat. Das ist wirklich, wirklich krass gewesen. Hätte ich niemals damit gerechnet, gerade weil seine 95 Agility und 91 Balance dazu kommen, 97 Reaktionswert mit 97 Ruhe. Es ist all in all alles, was du für einen Stürmer brauchst. Und wenn wir uns mal die Statistiken angucken, dann seht ihr erstmal, dass wir in den 10 Spielen Unana ganz entspannt 10 Spiele gemacht haben. Ein Tor, zwei Torvorlagen, was ein 6er braucht, finde ich völlig in Ordnung. Dann in Malinowski, der als 10er agiert hat, mit 6 Tore und 11 Torvorlagen. Also genau das, was ich von ihm wollte, hat er eigentlich umgesetzt. Und jetzt kommt Zeit, David Nunez hat in 10 Weekend League Qualipartien einfach fucking 26 Tore und 5 Torvorlagen gemacht. Und ich habe ja sonst immer bei meinen ersten Eindrücken, bei meinen Reviews, immer so 3 Spiele gespielt. Wenn du 10 Spiele spielst, kriegst du natürlich nochmal ein besseres Speeding für diese Karte. Der Mann, der hat alles auseinander geschossen. Ich kann euch echt sagen, nehmt diese Karte unbedingt mit. Für mich eine Number One. Wirklich, wenn es darum geht, welche SPC soll ich als erstes abschließen, würde ich auf Nunez gehen. Wenn ihr wirklich die Coins habt, sonst Malinowski, dann Onala. Aber all in all, 3 wirklich coole SPCs, gerade 2 günstige, die ein gutes Upgrade noch bekommen könnten, beziehungsweise für Fun-Teams vielleicht ganz cool werden. Und Juniors, wirklich, dann eine Endkarte mit richtig geilen Upgrades, maybe noch. Also all in all, richtig, richtig sauber. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was haltet ihr von den Karten? Habt ihr sie schon gespielt? Wen wollt ihr als nächster sehen? Das unbedingt auch gerne unten rein. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, einen schönen Samstag. Macht's gut ab rein. Ciao, ciao. Kuss, kuss.